So, wir sind kurz davor, dass sich Status Quo in den Aufzug begibt, hier runterfährt, sich das alles anguckt und wieder zurückfährt und dann entscheidet, wie lange sie heute spielen. Das machen sie immer so. Wir kennen uns, wir haben schon zweimal vorhin gespielt. Wir nennen sie auch die Stattis. Sagt das hier noch jemand? Nein, du bist der Anzieh. Auch nicht mal bei uns. Deswegen gehen sie auch nie ran, wenn ich anrufe. Wahrscheinlich. So, Basti, du hast jetzt hier wieder eine Frage, die du schon mal gestellt hast. Nein, das ist vielleicht eine andere Frage. Wir sind ja heute sozusagen als Support die Warm-Upper. Und das Wichtigste ist natürlich, dass es euch warm wird, entweder durch die Sonne oder besser noch durch die Musik. Oder durch den Alkohol, da haben wir ja auch kein Problem mit. Nein, aber wenn die Frage zutrifft, egal warum, ruft einfach so laut, ihr könnt ja, dass es bis in die Garderobe von Status Quo geht. Seid ihr warm, Herr Minke? Dann werden sie es noch, wir haben auch gebt die Hände. Oh, hey! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.